Wauw, das ist mein Gott. Das ist eine alte Kirche, ein Opus des Regierungsverkehrs vor dem Ost-Berlin-Kommunist. Denn die Deutschen sind in Ost- und West-Berlin-Kommunist. Sie sind alle demokratisch, denn die Ost- und West-Berlin-Kommunist ist bereits ein Kommunist. Ah, das ist ein Museum, ein Museum, ein Museum. Oh, wirklich? Das ist ein Ausstellungsstück, den Pergamon-Altar. Der stand mal auf dem Tempelberg von Pergamon. Das ist in der Türkei. Dort haben wir jetzt die Stadt Bergama. Im Gebäude haben noch ein Marktdor aus Bilet, ein Tor aus Babylon, das Ishter Tor. Hier rechts vor uns auf dem Kopf der Museumsinsel haben wir das Bode Museum, das ehemalige Kaiser-Friedrich-Museum. 1956 erhielt jetzt den Namen des ersten Direktors der Kündigpreise. Einen Limel in der Koppel-Kommunist. Vielen Dank.